Mein Name ist Sebastian Auperle, selbstständiger Rewe-Kaufmann. Wir sind ein Familienbetrieb in der dritten Generation, betreiben fünf Rewe-Märkte hier im schönen Remstal. Das Remstal ist ein wunderschöner Platz. Es ist toll, dass der Weizen hier angebaut wird und regional verarbeitet werden kann. Tolles Produkt ist das Weizenmehl der Häkner Hamühle. Über die Jahre hat sich da ein toller Kontakt entwickelt. Die Häkner Hamühle hat eine tolle Produktpalette, bietet alle Arten von verschiedenen Mehlen an. Das Allerwichtigste ist immer die Qualität, die muss stimmen. Wir haben hier so tolle Produzenten um den Kirchturm herum. Wir können dort hinfahren, wir können uns die Produktionsstätte anschauen, wir können persönlichen Kontakt aufbauen. Das ist das Schöne an regionalen Produkten, die kurzen Transportwege, kurz auf der Landstraße unterwegs und dann gleich bei uns im Laden. Der Verkauf von regionalen Produkten hat bei uns Tradition. Wir machen das schon seit circa 30 Jahren. Lieferanten haben wir circa 70 Stück an der Zahl. Ein unglaublich vielfältiges Sortiment. Durch den Kauf haben unsere Kunden die Möglichkeit, die Wertschöpfung hier in der Region zu lassen. Die Region an sich wird gestärkt. Als Lebensmittelkaufmann habe ich die Möglichkeit, die Welt etwas besser zu machen. Zum Beispiel durch den Verkauf von regionalen Produkten, hinter denen ich stehe und über die ich meinen Kunden auch etwas erzählen kann. Gut für dich und deine Region. Gut für dich und deine Region nach einmal. Das ist das Problem in der Regel, die hilf 16. dy coude zu messern.